Heute möchte ich mal diesen Modulator vorstellen, der im Holzgehäuse ist und auf Mittelwelle das Signal überträgt. Der Einsatzzweck des Modulators ist das Übertragen eines Tonsignals auf einen antiken Radio. Zum Beispiel hier so ein kleiner Taschenradio und hier habe ich noch einen selber gebauten Audion. Ich habe jetzt hier kein Röhrenradio, aber Audion ist ja das was oft in den alten Radios vorkommt. Und das ist eben ein Radio, den ich mal als Projekt gebaut habe, der keine Spule hat. Also im Radio ist keine einzige Spule drinnen und deswegen war das halt anspruchsvoll. Aber ja, funktioniert. Schauen wir uns den Modulator mal an. Ich habe ihn hier schon an Batterien angeschlossen. Die Batterien sind diese 3xA Batterien, die ganz kleinen. Und man sieht schon deutlich wie es angeschlossen ist. Also der schwarze Pin geht auf Minus und der rote geht auf Plus. Und die Modulatorrückseite sehen wir hier, steht auch drauf. Plus und Minus, 3 bis 12V Versorgungsspannung. Und hier haben wir noch die Audio Anschlüsse. Die gehen auf so ein typisches Audio Kabel, wie man sie kaufen kann. Klinke auf Klinke. Kann man im Geschäft kaufen. Und ich habe jetzt hier die Anschlüsse eben ganz deutlich gezeigt, wie man das anschließt. Also das Weiße geht hier hinten an Masse und das Gelbe geht vorne an den vorderen oder den mittleren Pin. Gut, ich habe hier noch eine Antenne. Die habe ich noch nicht angeschlossen. Da kann man einfach ein Kabel nehmen. Das ist jetzt ein 1 Meter langes Kabel. Das schließe ich jetzt hier mal bei dem Antennen Pin an. Und dann lasse ich das mal hier oben so rüber. So, das ist es die Antenne. Und man sieht auch schon, dass die LED für Senden leuchtet. Der Modulator ist quasi On Air. Und das Signal wird jetzt auf diesen antiken Radio hier übertragen. Den Radio schalte ich jetzt mal ein. So, der ist schon eingeschalten. Und jetzt starte ich hier mal die Wiedergabe. Da muss man die Frequenz noch genau einstellen. Bisschen lauter machen. Gleichweite. Die Tonqualität ist ziemlich gut. Die Übertragung ist sehr klar. Und jetzt teste ich noch den Audion hier. Den schalte ich mal ein. Wie kann man die Frequenz einstellen? Deswegen. Ja, mein. Gong ist eben für alle da. Gong ist eben für alle da. Und wir sind auch für alle da. Also wir feiern ja bis 6 Uhr morgens trotzdem. Und so sieht es aus. Für alle, die den Sound hören wollen. Tja, man hört es, dass die Klangqualität sehr gut ist. Die ist sehr gut, die Klangqualität. Der Sender ist zweistufig aufgebaut. Ich habe hier den Oszillator und dann einen Transistor, der für die Modulation zuständig ist. Und ja, das Ganze funktioniert eben sehr gut und überträgt eben Tonsignale von einer Tonquelle. Das kann jetzt auch zum Beispiel das Handy sein, mit dem ich filme. Das könnte ich auch anstecken. Überträgt eben die Tonsignale auf so ein antikes Radio. Aber diese Transistorradios, die mag ich persönlich sehr gern, weil die sehr kompakt sind. Ich meine, man sieht ja zum Vergleich die Hand. Der Radio ist sehr klein und man sollte auch, wenn man solche alten Geräte benutzt, Handschuhe tragen. Weil dadurch kommt kein Körperfett auf das Metall und das oxidiert nicht und die Radios halten länger. Ist aber nur eine Meinung von mir. Primär ging es mir darum, diesen kleinen Modulator vorzustellen, den man jetzt gesehen hat. Also der funktioniert wirklich einwandfrei. Gut, die Verarbeitung hier ist ein bisschen angeschmort. Aber man kann ja, wenn man Zeit und Lust hat, kann man das ja noch abfeilen, dass es auch dann hier so weiß ist wie das andere Holz. Gut, das war der Modulator. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Beste Grüße, Stefan.